Schauen Sie QS24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Heute ist wieder Prof. Dr. Andreas Pützner hier, Arzt und Chemiker und ein Diabetologe seiner Klasse unvergesslich gut. Ich habe so viel lernen dürfen von ihm, insbesondere das, dass Diabetes gar keine Zuckerkrankheit ist, sondern eine Erbkrankheit. Und da kommt man schon mal ins Schlucken und ins Staunen. Wie kann denn das sein? Ja, das werden Sie heute wieder hören in einer weiteren Sendung, wo wir über die Phänotypisierung reden von Diabetes Typ 2. Und nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, da ist er, der Andreas Pützner. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Hallo Alexander, grüß dich. Ja, also egal mit wem ich da rede, alle stocken den Hals und sagen, das kann ja nicht sein. Es ist so. Nun ja, ich sage mal so, ich habe ja durchaus zahlreiche Studien in meinem Leben gemacht, über 400 mittlerweile schon und mit ganz unterschiedlichen Aspekten dieses Krankheitsbildes. Und da hat sich so ganz langsam herauskristallisiert, dass wir alle einem ganz großen Irrtum unterlegen sind. Und das bereits mit der Definition des Diabetes über den Zucker und auch der damit startenden Behandlung des Blutzuckers, aber eben nicht des Diabetes, dass wir dadurch eigentlich eine Kaskade in Gang setzen, die für die Patienten am Ende des Tages nicht gut ist, auch für die Ärzte nicht, weil wir eigentlich nur den Blutzucker verwalten. Und bedingt durch die ganzen Störungen, die eigentlich die Ursache sind, kommt es dann eben vor allem zu Gefäßerkrankungen. Und bekanntlich ist ja auch der Herztod oder der Schlaganfall ist ja auch die häufigste Todesursache bei Diabetes. Und das muss eigentlich gar nicht sein. Und ich würde heute gerne mal erzählen, wie ich den Diabetes klassifiziere in meiner Praxis, wie wir uns also dieser Krankheit nähern, weil eine andere Feststellung, die wir gemacht haben, Typ 2 Diabetes eines Patienten ist nicht identisch mit dem Typ 2 Diabetes eines anderen Patienten. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wundert man sich nichts darüber, dass diese Einheitstherapien, die wir haben, die in unseren Leitlinien zum Beispiel von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft festgelegt sind, dass die mal bei einem Patienten wirklich was bringen, aber eben bei anderen Patienten irgendwie überhaupt nicht zu funktionieren scheinen. Und da haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir uns dieser Sache etwas zielgerichteter nähern können. Und das würde ich gerne heute noch mal vorstellen. Super, gerne. Aber vielleicht noch eine Frage. Du hast gesagt, 400 Studien sind gemacht worden. Du erwähnst deine Resultate in der Öffentlichkeit. Fokus hat sich auch schon mal darauf reagiert, dich ausgezeichnet. Aber eigentlich müsste die ganze Welt ja aufschreien und es müsste einen Wandel geben in der Behandlung von Diabetes. Was siehst du hier? Was geschieht? Naja, ich sage mal so, am Anfang ist immer erst mal nur einer. Und das ist der, wie sagt man so schön, in der Samen, wo nachher hoffentlich mal ein Baum draus wird. Wir sind im Moment in der Phase, wo wir einfach in der Wissenschaft, was das Thema Diabetes angeht, dadurch mehr verstehen, weil neue Medikamente entwickelt werden, die tatsächlich auch mal das eine oder andere, zufällig das andere zielgerichtet, wirklich auch die pathophysiologischen Ursachen, die Grundstörungen behandeln. Und dadurch setzt sich auch so ganz langsam auch ein Verständnis darüber durch, warum wir mit unseren bisherigen Therapiestrategien vielleicht doch nicht ganz so erfolgreich waren, wie wir es gerne sein würden. Jetzt muss man fairerweise sagen, so eine Diabeteserkrankung im Mittel von der Diagnose bis zum plötzlichen Herbstod oder Schlaganfall, da vergehen halt einfach 15, 16, 20, 25 Jahre. Keine Kausalität zur Verordnung. Da ist es natürlich sehr schwierig, in einem, jetzt sagen wir mal, kurzen Zeitraum auch Veränderungen zu induzieren, weil wenn das 20 Jahre gut geht, dann ist wahrscheinlich der Hausarzt verstorben, bevor der Patient dann verstirbt, weil er halt von dem Hausarzt so eine bestimmte Therapie bekommen hat. Und deswegen sind das einfach andere Zeitläufe. Das ist das eine. Und das Zweite, was wir leider in der Medizin auch immer wieder haben, was aber auch seine Berechtigung hat, um Gottes Willen, das ist die Tatsache, dass die Ärzte sehr konservativ sind und dass natürlich auch die Sicherheit eines Patienten ihr allererstes Gut ist, wo sie sagen, das muss gewährleistet sein. Und das erfordert eigentlich, dass man alles, was man in irgendeiner Form neu propagiert, auch mit entsprechenden wissenschaftlichen Studien belegt. Und bei mir ist es andersrum gelaufen. Ich habe ganz viele Studien gemacht und habe daraus dann ein Konzept extrahiert. Und ich sage jetzt mal ganz provokant, um das jetzt nach dem klassischen Schema hier in der Community unterzubringen, da würde ich gar nicht mehr lang genug leben. Weil das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist natürlich auch, dass, was ich mache, führt dazu, dass die Leute weniger Medikamente brauchen und auch insgesamt gesünder sind. Und der Hauptkostenbringer für klinische Studien ist nun mal die Pharmaindustrie. Und die Pharmaindustrie hat an dem, was ich mache, eigentlich überhaupt kein Interesse. Jetzt hast du schon meine nächste Frage beantwortet. Gut. Dann lasse ich das jetzt mal so stehen. Lass es mal so stehen, ja. Wenn da keine Lobby dahinter ist, wird sich das nicht so schnell verbreiten. Ja, aber ich denke mal, es gibt auch so etwas wie eine Abstimmung mit den Füßen. Ja, und die Abstimmung mit den Füßen ist natürlich der Patient, der, wenn er informiert ist, sich entscheiden kann, ja, was für eine Therapie möchte ich denn eigentlich haben? Möchte ich eine Therapie von der Stange oder möchte ich lieber etwas, was auf meine Erkrankung, auf meinen Diabetes zum Beispiel zugeschnitten ist? Denn dieses Phänomen haben wir jetzt nicht nur bei Diabetes, sondern auch bei anderen Erkrankungen. Und wenn man sich dem Thema Diabetes und der damit verbundenen chronischen Entzündung im Körper mal noch intensiver nähert, dann stellt man ja plötzlich fest, oh hoppla, hier geht es ja gar nicht nur um Diabetes, hier geht es ja richtig um Ganzheitsmedizin. Es sind so viele andere Störungen im Körper, speziell auch im höheren Lebensalter, die durch das Gesamtbild dieser Entzündung beeinflusst werden, dass man dann beginnt, auch dahingehend umzudenken, dass eben nicht irgendein Zielparameter für irgendein Krankheitsbild behandelt werden sollte, sondern eigentlich die Gesamtheit des Menschen, also wirklich der Begriff der Ganzheitsmedizin, ich glaube, dass der immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und eine andere Sache, die wir ja auch mittlerweile sehen, ist, dass sich ja auch unsere ganze Umwelt verändert. Ich meine damit jetzt nicht Umweltverschmutzung oder sowas, sondern ich meine damit zum Beispiel, ja in meinem Fall das Thema gesunde Ernährung mal als Beispiel. Da habt ihr ja auch sehr viele Sendungen schon gemacht. Und was wir eben erleben, ist, dass durch die Intensivlandwirtschaft hier in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, dass ja die Böden zum Beispiel komplett ausgelaugt sind. Und das Lebensmittel, von denen ich noch gelernt habe, dass sie sehr hohen Anteil an guten Substanzen enthalten, an Mikronährstoffen, ja, zum Beispiel, dass die das gar nicht mehr tun heutzutage. Was ja zum Beispiel auch ein Kernthema des Wissenschaftsforums tangiert, nämlich die Tatsache, dass man viel mehr Mikronährstoff-Substitutionen machen sollte heutzutage. Und auch wenn wir in der Ausbildung noch gelernt haben, dass das gar nicht notwendig ist, wenn man sich gesund ernährt, nee, es stimmt eben nicht mehr. Auch die Kaltwasserfische aus Norwegen, die Lachse, die enthalten heute nicht mehr so viele 3-Omega-Fettsäuren, wie ich das noch gelernt habe in meinem Studium. Und die ganzen Nährstoffe oder Nährwertetabellen, die wir in den Lehrbüchern heute haben, die stammen aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die sind also schon über 70 Jahre alt. Und mittlerweile hat sich einfach die ganze Landwirtschaft verändert, die Qualität der Böden hat sich verändert und damit eben auch die Qualität der Produktion und der Produkte, die daraus entstehen. Und hier ist, glaube ich, ein ganz massives Umlernen auch erforderlich. Wir müssen als Menschheit lernen, mit unseren veränderten Umwelt- und Lebensbedingungen besser umzugehen. Und, was ja gar nicht so schlimm ist, wir werden auch alle fürchterlich viel älter. Vor 30 Jahren haben wir uns total gesund ernährt, haben gelebt, haben gejagt, haben uns bewegt. Und sind 30 geworden. Und das war völlig normal. Also ich habe schon selber zweimal das Lebensalter, was ich in der Steinzeit erreicht hätte. Und dass dann natürlich ein Organismus, der eigentlich für eine solche Lebenserwartung gar nicht ausgelegt ist, auch neue Dinge entwickelt, die teilweise eben auch schädlich sind und zu Krankheitsbildern führen, ist doch auch völlig normal. Ja, klar. Gut. Jetzt gehen wir ins Thema Diabetes rein. Genau. Wir gehen mal ins Thema Diabetes rein. Und ich würde gerne nochmal kurz erläutern, wie so ein Diabetes eigentlich entsteht und warum ich behaupte, das ist eigentlich keine Zuckerkrankheit. Ich will es mal anders formulieren. Der Diabetes, also die Blutzuckererhöhung bei Diabetes ist eigentlich ein Symptom der Krankheit. Ein gefährliches Symptom, keine Frage, das auch behandelt werden muss. Aber es ist letztendlich ein Symptom, weil es gibt Grundstörungen, die darunter liegen. Und die lösen letztendlich das Krankheitsbild aus. Und eine davon ist vererbt. Das ist die Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse, die eigentlich das ganze Bild verändert. Aber ich fange mal anders an. Jeder weiß oder glaubt zu wissen, Diabetes hat irgendwas mit falscher Ernährung, mit Gewichtszunahme etc. zu tun. Und ich fange mal damit an in meinem Bild. Also wir fangen mal damit an, was jeder für richtig hält, dass Diabetes irgendwas mit Gewicht zu tun hat, mit falscher Ernährung, mit zu wenig Bewegung. Da will ich aber kurz darauf eingehen, dass das gar nicht so ist. Wenn wir Gewicht zunehmen, dann schüttet das Fettgewebe, das Bauchfett, das schüttet Hormone aus. Die haben ganz viele auch. Um das zu verstehen, fangen wir vielleicht mal mit einem Zustand an, der eigentlich völlig normal ist. Der aber für das Thema Diabetes eine große Bedeutung hat. Jeder weiß ja oder glaubt zu wissen, Diabetes hat irgendwie was mit Ernährung zu tun, mit Gewichtszunahme, mit Mangel an Bewegung und solchen Dingen. Und was passiert denn, wenn wir Gewicht zunehmen? Wenn wir Gewicht zunehmen, dann schüttet das Fettgewebe, und zwar das Bauchfett, das schüttet ganz viele Hormone aus. Hormone und Botenstoffe, die ganz viele unterschiedliche Funktionen auch im Körper haben. Mittlerweile sind über 200 solcher Adipokine beschrieben worden. Und die haben aber alle eins gemeinsam. Die arbeiten gegen Insulin. Also im Stoffwechsel gegen Insulin. Und dadurch wird eigentlich der Blutzucker nach oben getrieben, weil das Insulin, das körpereigene, eben nicht mehr so gut wirkt oder so effizient ist wie normalerweise. Das heißt, wir haben einen Zustand, den wir als Insulinresistenz bezeichnen. Insulin ist zwar da, es ist aber nicht mehr so sehr wirksam. Und deswegen passiert Folgendes. Der Bedarf steigt an und die Bauchspeicheldrüse, die sogenannten Beta-Zellen, die das herstellen, die produzieren dann auch schlicht und einfach mehr Insulin. Und das ist insofern wichtig, weil Insulin das einzige Hormon ist, das wir überhaupt haben physiologischerweise, das in der Lage ist, Fettzellen aufzubauen. Das heißt, dass es ein Überlebensvorteil war, wenn man in der Steinzeit, wo es ja nicht immer was zu essen gab, in der Lage war, wenn es dann mal wirklich viel zu essen gab, was weiß ich, der Clan hat einen Mammut erlegt, dass man dann eben in der Lage war, so schnell wie möglich auch Energie abzuspeichern in Form von Fettgewebe. Dazu war es aber notwendig, dass man in der Lage war, höhere Insulinmengen zu tolerieren, ohne dass man in eine Unterzuckerung gefallen ist, weil sonst wären wir ja ohnmächtig geworden und hätten nichts essen können. Und du bist hier, ich bin hier, unsere Vorfahren haben es geschafft, weil das hat ihnen dann ermöglicht, wenn es dann wieder Zeiten gab, wo es eben nichts zu essen gab, wo es Hunger gab, dann hatten die ausreichende Energiereserven abgespeichert, von denen man zehren konnte. Und das hat dann eben auch diesen Individuen geholfen zu überleben. Und deswegen hat sich über 30.000 Jahre dieser Mechanismus herausgemäntelt, gewissermaßen durch die Evolution. Das ist noch völlig normal. Das ist der Weg, wie wir Energie abspeichern können. Und leider, oder was heißt leider, es ist halt heutzutage nicht mehr so schwierig, dreimal am Tag beim Fast Food Burger einen Hamburger zu erlegen, ja, für einen Euro. Oder für zwei Schweizer Franken. Und das Ergebnis ist halt deswegen, dass hier alle dick werden. Wir haben diese Situation oder wir haben diesen Stoffwechselweg in uns. So, der Diabetes, das wird zwar ganz viel diskutiert, aber ich kenne niemanden, der Diabetes hat, der nicht doch irgendwo in der Familie Hinweise darauf hat, dass der auch schon früher da war in der Familie. Das muss nicht unbedingt ein Diabetes gewesen sein bei Vater, Mutter oder bei den Großeltern. Aber zum Beispiel indirekte Hinweise wie, die sind am Herzinfarkt verstorben oder am Schlaganfall, das könnte auch ein unentdeckter Diabetes gewesen sein. Und es heißt auch in unseren Lehrbüchern überall, das Risiko, wenn ein Elternteil Typ 2 Diabetes hat, dass man ihn selber bekommt, liegt bei 50%. Heißt also, wenn ich das kranke Gen von Vater oder Mutter mitbekomme, dann werde ich es kriegen. Ich habe es zum Beispiel auch. Bei mir waren sogar beide Elternteile Diabetiker. Und das ist der Grund, warum mein Risiko schon mal von vornherein 75% war. Weil, wie auch immer, die verschiedenen Gene zusammenkommen. Es gibt drei von vier Möglichkeiten, wenn jeder von beiden praktisch gemischtgenig Diabetes hat, dass ich eben auch eines dieser Gene mitkriege. Und wenn einer sogar Homozygot, also mit beiden Gene mit sich trägt auf seinem Erbgut, dann ist das Risiko der Nachkommen sogar 100%. Also deswegen wissen wir, es gibt klare Analysen. Ich bin ja auch wegen der letzten Sendung mal angesprochen worden. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Die Diabeteserkrankung wird vererbt. Und zwar kommt es hier zu einer Störung bei der Bauchspeicheldrüse. Man hat mittlerweile schon über 30 mögliche Kandidatengene identifiziert. Es ist aber nicht so, dass man das an einem Gen festmachen kann, sondern es sind wohl sehr unterschiedliche. Und deswegen tut man sich auch so schwer, das zu akzeptieren. Aber nehmen wir das einfach mal als gegeben an. Was dann passiert, ist, dass es zu einer hochkomplexen Sekretionsstörung kommt, die ich uns mal aus Zeit- und Erfassungsgründen ersparen möchte. Aber eine Sache, die wichtig ist, die Bauchspeicheldrüse wird irgendwann dazu kommen, dass sie das Insulin nicht mehr richtig herstellen kann. Und dann kommt es neben der Ausschüttung vom Insulin auch zur Ausschüttung eines Vorlofer-Moleküls, das also in der Produktionskette vom Gen zum Insulin noch dazwischen liegt. Das ist das sogenannte Proinsulin. Proinsulin wird normalerweise in einem letzten Schritt gespalten in Insulin und ein anderes Hormon, das C-Peptid heißt. Und dann wird es erst freigesetzt, das Insulin. Wenn die Bauchspeicheldrüse aber diese Störung hat, dann wird irgendwann, und es dauert ein paar Jahre am Anfang, vielleicht auch weniger, eben auch das Proinsulin ausgeschüttet. Und das ist insofern wichtig, als Proinsulin durchaus in der Lage ist, den Blutzucker zu senken. Zwar nicht so gut wie Insulin, deswegen wird molekülmäßig gesehen mehr benötigt. Es hat aber dummerweise die gleiche fettaufbauende Wirkung wie Insulin. Und das bedeutet, wenn jemand Diabetes hat und eben in diesem Stadium ist, wo er Proinsulin ausschüttet, dann hat er einen ziemlichen Treiber zur Gewichtszunahme hormonell im Körper. Der ist ihm natürlich erschwert, auch Gewicht abzunehmen. Aber da muss man trotzdem daran denken, es gibt so ein Naturgesetz. Und das lautet, man nimmt dann zu, wenn man mehr isst, als man verbrennt. Man wird abnehmen, wenn man weniger isst, als man verbrennt. Das gilt auch in dieser Situation. Also die Tatsache, dass man Gene hat, die in Richtung Fettstoffwechselaufbau treiben, ist keine Entschuldigung dafür, wenn man jetzt unbedingt meint, dick zu werden. Das Problem, was wir dann haben, ist, dass die Gewichtszunahme selber kein Wachstum von Fettzellen ist, sondern das ist eine Stammzell-Ausdifferenzierung. Und da werden praktisch neue Fettzellen gebildet. Und wenn die Aktivierung dieser Stammzellen zu Fettzellen stattfindet, dann werden Vorläuferzellen, sogenannte Präadipozyten, gebildet. Und das ist die Quelle dieser Hormonsegression, von der ich am Anfang geredet habe. Das findet natürlich auch statt, wenn man nur normal ohne Diabetes dick wird. Aber es wird halt unter dieser speziellen hormonellen Situation, Insulin und Proinsulin, noch einmal mehr getrieben. Und man muss auch gar nicht unbedingt an Gewicht zunehmen. Weil allein die Tatsache, dass Stammzellen zu diesen Vorläuferzellen umgebildet werden, die noch genauso groß sind wie die Stammzellen, also man hat noch gar keine messbare Gewichtszunahme, trotzdem beginnt diese Hormonsegression. Dann fangen die an zu funken gewissermaßen. Und die schütten Hormone aus, die an Stellen in den Körper eingreifen, die uns jetzt verstehen lernen, warum Diabetes mit bestimmten anderen Erkrankungen fast immer zwanghaft assoziiert, also verbunden ist. Da gehört zum Beispiel ein Hormon dazu, mit dem die Niere normalerweise in der Lage ist, den Blutdruck nach oben zu treiben, das Angiotensin. Die Niere hat außer dem Gehirn als einziges Organ die Berechtigung, im Körper selbstständig den Blutdruck nach oben zu treiben, eben mit Angiotensin. Und genau das wird aber jetzt aus dem Fettgewebe ausgeschüttet, und zwar unkontrolliert. Und das erklärt auch, warum viele Menschen mit Diabetes eben einen Hochdruck bekommen. Und das Zweite, was wir haben, ist, um Fett einlagern zu können, muss es erst mal gebildet werden. Und da werden im Körper ganz viele Triglyceride gebildet, also diese eine Form des Fetts. Und die erhöhten Triglyceridwerte ist ja die typische Fettstoffwechselstörung, die wir bei Diabetes sehen. Es ist aber eigentlich gar keine Störung, sondern ein Bedarf, der hier abgedeckt wird. Und als Drittes und wahrscheinlich auch Wichtigstes ist zu erwähnen, dass immer dann, wenn Stammzellen ausdifferenzieren, ist das Immunsystem aktiviert, weil so eine Stammzell-Ausdifferenzierung geht gelegentlich auch mal schief. Das kommt dann eben zur Bildung einer Krebszelle. Jetzt werden wir ja nicht zu Krebspatienten, weil wir dick werden. Oder wenn wir dick werden. Und der Grund ist eben, dass das Immunsystem diese Zellen sofort erkennt und vernichtet. Heißt aber im Umkehrschluss, das Immunsystem ist aktiviert. Und wir sprechen bei einer Aktivierung des Immunsystems, die übrigens auch im ganzen Körper dann stattfindet, nicht nur im Fettgewebe, sondern überall, sprechen wir eben medizinisch von einer Inflammation. Und weil sie durch dieses anhaltende Gewicht zunehmen auch chronisch ist und im ganzen Körper heißt das Ding chronisch-systemische Inflammation. Und diese chronisch-systemische Inflammation, das ist neben der Beta-Zell-Fehlfunktion eine der Grundstörungen bei Diabetes. Und ist auch der Grund, warum Patienten mit Diabetes diese Atherosklerose, also Gefäßverkalkungsproblematik bekommen. Denn es sind die aktivierten Immunzellen, die aus anderen Gründen fettbeladen in die Gefäßwand eindringen, die morphologisch der Grund dafür sind, dass sich überhaupt diese Einlagerungen im Gefäß bilden können. Also haben wir allein aufgrund der Tatsache, dass wir im Falle eines Diabetes mellitus Gewicht zunehmen, allein schon ein erhöhtes Risiko für koronare Herzerkrankungen, für Hochdruck und all diese Erkrankungen, die fast immer zwanghaft mit Patienten oder bei Patienten mit Diabetes anzutreffen sind. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, dieses Bild der Pathophysiologie, stellt man vielleicht fest, dass hier ein Wort fehlt, das wir normalerweise immer in den Mund nehmen. Wir haben jetzt hier drei Grundstörungen, nämlich Gewichtszunahme, wir haben die Insulinresistenz und wir haben die Beta-Zell-Fehlfunktion. Aber wo ist denn jetzt hier die Glucose? Also wo ist hier der Zucker? Und der Zucker steigt eben auch erst dann an, wenn dieses Insulin- und Proinsulin-Gemisch nicht mehr in der Lage ist, ihn unter die Werte zu senken, die als Diabetes definiert sind. Und ich sage ganz bewusst definiert sind, weil es gibt für diese Schwellenwerte überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz. Wir reden immer von Evidenzen. Wir müssen nachweisen, warum etwas wie ist in der Medizin. Das haben wir bei der Zuckerkrankheit nicht gemacht. Wir haben einen Wert von 127 morgens nüchtern, und der ist als Diabetes definiert. Wenn einer jetzt 125 Milligramm pro Deziliter hat, hat er also keinen Diabetes. Die Frage ist, warum ist das so? Oder wir machen ja diesen Zuckerbelastungstest, da komme ich gleich nochmal drauf. Und da geben wir 75 Gramm Glucose und dann misst man zwei Stunden später wieder nach. Und wenn der Wert über 200 Milligramm pro Deziliter ist, dann hat man Diabetes. Wenn er unter 200 ist, hat man eine gestörte Glucosetoleranz. Und wenn er unter 140 ist, dann ist das normal. Und das ist einfach nur definiert. Das heißt, das hat einen Evidenzgrad von fünf, nämlich Expertenmeinungen. Da haben sich einfach 30 Wissenschaftler getroffen im Auftrag der WHO 1999 und haben definiert, dass es jetzt Diabetes. Und dann ist die nächste Frage, warum ist der erste Wert so krumm, 127, und der zweite Wert so gerade, 200? Die Erklärung ist ganz einfach. Die Herren Kollegen haben sich noch nicht einmal auf die Einheit einigen können, in denen sie diese Grenzwerte ausdrücken. Denn es gibt ja beim Zucker die zweite, die eigentlich richtige SI-Einheit, Millimol pro Liter. Und wenn man sich die mal anguckt, dann sind es nicht krumme 127, sondern glatte 7. Und nach zwei Stunden sind es nicht glatte 200, sondern krumme 11,1. Also auch das, selbst das ist ein Kompromiss. Selbst die Grenzwerte sind ein Kompromiss. Und da muss man sich doch eigentlich fragen, wie kann das sein? Ja, ich meine, eigentlich muss man, hat man doch bei Krankheitsbildern normalerweise klare Definitionen. Also man muss sich es einfach selber noch einmal immer wieder ins Auge fassen. Die Definition des Diabetes hat eigentlich überhaupt keinen Beleg über diesen Zucker. Aber das ist eine andere Sache. Was passiert aber, wenn der Zucker, also wenn das Gemisch nicht mehr ausreicht, dann steigt ja der Blutzucker an. Und egal, wie man jetzt den Diabetes definiert, ein hoher Blutzucker aktiviert zum einen den Insulinbedarf. Also das heißt, dieser Kreislauf, dieser Motor, wie ich es nennen möchte, wird angekurbelt. Und als zweites sind Werte ab 180 Milligramm pro Deziliter. Übrigens eine schöne Definition für ein Diabetes, weil das sind eine glatte 10 Millimol, auch noch auf der anderen Seite. Das ist nämlich genau der Grenzwert, ab dem Glucose für die Zellen schädlich wird. Also diese berühmte Giftigkeit des Zuckers an der Zelle beginnt bei einem Blutzuckerwert von 180 oder 10 Millimol pro Liter. Und diese Glucotoxizität, die sorgt natürlich dafür, dass die Zellen, die dem Zucker direkt ausgesetzt sind, geschädigt werden. Und das wiederum sind die Gefäße, also die Blutgefäße, die Gefäßwände. Und das ist ein weiterer Treiber für die Gefäßverkalkungen bei unseren Patienten. Also der Zucker ist schon wichtig, aber er ist nicht essentiell bei der Entstehung der Krankheit beziehungsweise man sollte eben akzeptieren, dass es eigentlich nur ein Symptom ist, aber nicht die Krankheit selber darüber definiert. Das Problem ist aber, das ist halt schon ein Giftstoff ab 180 Milligramm pro Dezilliter oder 10 Millimol. Und wenn der da nicht richtig behandelt wird, dann kommt es eben zu diesen gefürchteten Spätschäden bei Diabetes, die eben die Augen betreffen, weil die Netzhaut wird ja nur indirekt versorgt im Körper. Und wenn eben da die Schäden sind, dann ist das mit als erstes betroffen. Das betrifft die Niere, die diabetische Nephropathie, das betrifft die Nerven. Die haben selber eine eigene Blutgefäßversorgung. Und das führt dazu, dass es eben hier zu Störungen kommt. Und das sind die drei Spätschäden bei Diabetes. Und dann kommt noch durch weitere zusätzliche Mechanismen eben ein stark erhöhtes Gefäßverkalkungsrisiko dazu, ein Atherosclerose-Risiko. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum drei Viertel der Patienten an Herzinfarkten oder Schlaganfällen versterben. Ich möchte einfach nur noch mal darauf hinweisen, der Zucker, ja, das ist eine der treibenden Komponenten des Krankheitsbildes, auch der treibenden Schadkomponenten des Krankheitsbildes. Es ist aber eigentlich die Grundstörung oder die drei Grundstörungen, die den Diabetes beeinflussen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie denn so ein Patienten oder wie denn Diabetes diagnostiziert wird zurzeit überhaupt. Und das ist ganz einfach. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ein nüchterner Blutzucker über 127 Milligramm pro Deziliter oder 7 Millimol oder ein Zwei-Stunden-Wert nach Belastung von 200 oder eben 11,1 Millimol. Und dann gibt es noch ein drittes Kriterium mittlerweile. Es gibt ja diesen berühmten Langzeit-Blutzuckerwert, den HbA1c. Das ist nichts anderes als der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin, dass immer dann, wenn ein rotes Blutkörperchen gebildet wird, dann wird ein Teil davon verzuckert, glycosiliert, wie wir chemisch sagen. Und der Glycosilierungsgrad, also wie viel Prozent von dem roten Blutfarbstoff hat denn jetzt noch ein Zuckeranhängsel, der ist abhängig vom aktuellen Blutzuckerwert. Und dann wird dieser HbA1c in die Zelle, oder dieses Hämoglobin in die Zelle eingeschlossen. Dieser Wert wird nicht mehr verändert. Und damit ist das gewissermaßen eine Erinnerungsmöglichkeit, wie der Blutzucker war zur Zeit der Bildung des roten Blutkörperchens. Und weil rote Blutkörperchen circa 6 bis 8 Wochen Überlebenszeit haben im Körper, bevor sie ausgetauscht werden, wissen wir halt, dass dieser HbA1c-Wert uns so den mittleren Blutzuckerwert über die letzten 6 bis 8 Wochen widerspiegelt. Und da gibt es Tabellen, kann man genau gucken, wie hoch denn im Mittel der Wert war, wenn man einen bestimmten HbA1c-Wert hat. Und deswegen gibt es noch eine zusätzliche Definition seit ein paar Jahren, dass eben der HbA1c-Wert über 6,5 Prozent auch ein Hinweis ist für den Diabetes. Und die Diagnose des Diabetes, also um es noch einmal zu sagen, ist basiert also ausschließlich auf Blutzucker- oder Blutzuckerabhängigen Laborparametern und wird eben der Krankheiten dadurch nicht gerecht. Ja, weil die Grundstörungen, die können ja schon viel länger da sein. Und außerdem führt es noch zu einer anderen Situation, dass es, ich habe sehr viele Anrufe bekommen nach der letzten Sendung, wo Patienten mir gesagt haben, ja, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe ein bisschen Zucker oder ich habe ja noch ein Prä-Diabetes, also eine Vorstufe. Das sage ich ganz klar, das gibt es gar nicht. Ein Prä-Diabetes, das ist ungefähr so, als ob der Arzt dem Patienten gesagt hätte oder der Patientin gesagt hätte, ja, passen Sie mal auf, Sie sind ein bisschen schwanger, passen Sie mal ein bisschen auf Ihr Kind auf. Das passiert ja auch nicht. Die werden ja sofort in Betreuungsprogramme übernommen, wenn das bekannt ist. Und das Gleiche müsste eigentlich der Fall sein, wenn eben die Diagnose kommt, hier stimmt irgendwie was mit dem Blutzucker nicht, das sollte es nicht heißen, passen Sie mal ein bisschen drauf auf und fangen Sie mal an, sich mal ein bisschen gesünder zu ernähren, machen Sie mal ein bisschen mehr Sport. Nein, man müsste das diagnostizieren und man muss gucken, wo steht der Patient. Und wie man das macht, das will ich jetzt gleich mal zeigen. Weil dadurch entwickeln sich nämlich teilweise bereits Spätschäden, weil der Zucker halt immer noch nicht hoch genug ist, um als Diabetiker zu gelten. Und das könnte man vermeiden. Es gibt ja zum Beispiel eine Statistik, die sagt, 30 Prozent der Patienten mit Typ-2-Diabetes haben bei Diagnosestellung bereits Atheosklerose und Gefäßverkalkung. Wie kann das sein, wenn der Diabetes doch die auslösende Ursache ist? Also müssen die auch den Diabetes schon vorher gehabt haben? Und dass das so ist, das will ich jetzt gerne mal zeigen. Übrigens, das hier sind unsere Ernährungsempfehlungen. Ich gehe da gar nicht drauf ein, da sieht auch der Laie sofort, das kann es nicht sein. Also kein Arzt beherrscht diese, das ist praktisch die Konsensustherapieempfehlung. Und worauf sich dann alle fokussieren, weil das hier hinten kann ja kein Mensch mehr verstehen, ist eigentlich der erste Satz, der da lautet, erste Therapie ist Metformin. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Arzt einen Diabetes-Patienten beginne, mit Metformin zu behandeln, dann bin ich in diesen Guidelines. Weil was ich danach mache, spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil irgendein Pfad wird meine Therapie schon finden, dass ich ihr gefolgt bin hier. Und das führt dazu, dass praktisch jeder Patient mit Diabetes, wo der Arzt das Gefühl hat, hier muss ich jetzt medikamentös eingreifen, der kriegt eben Metformin. Das wollen auch die Krankenkassen so haben, das will die Fachgesellschaft so haben. Und dadurch wird Diabetes, allein durch dieses Intro in die Therapie, wo es, man muss vielleicht dazu sagen, Metformin ist ein, der blockiert die Zuckerneubildung in der Leber. Das ist der Hauptmechanismus. Und der Zucker wird ja aus Fettgewebe gebildet. Also eigentlich blockiert Metformin den Fettabbau im Körper. Ist also eigentlich kontraproduktiv, weil die Patienten sollen ja abnehmen. Gleichzeitig hat das auch keinen Einfluss auf die Blutzuckereinstellung nach dem Essen, wenn also der Zucker durchs Essen reinkommt. Und am Ende des Tages ist das der Grund, warum Metformin auch nur für zwei, drei Jahre überhaupt ausreichend wirkt. Und dann geht es eben weiter in die Eskalation bis hin zu vier Medikamenten. Und diese Chronifizierung des Krankheitsbildes, die wird allein schon dadurch induziert, dass hier der Satz steht, Ersttherapie ist Metformin. Weil wenn man nämlich in der Ersttherapie bereits Medikamente einsetzen würde, die die Grundstörungen behandelt, dann würde der Diabetes vielleicht gar nicht progredient werden. Und bei mir wird er das auch eigentlich nicht. In ganz seltenen Fällen habe ich mal das Problem. Und ich will zeigen, warum, wie ich drauf gekommen bin und wie wir das machen. Was wir machen ist, wir untersuchen den Typen, was für ein Diabetes hat denn der Patient eigentlich. So, das habe ich jetzt blinken lassen. Gucken wir uns mal hier die drei Personen an. Die haben alle drei Typ-2-Diabetes. Da haben wir hier ein ganz anderes Bild. Das ist ein, sagen wir mal, etwas korpulenter, arabischstämmiger Mann. Und auf der rechten Seite haben wir einen japanischen Fischer. Die haben beide Typ-2-Diabetes. Und in der Mitte haben wir so einen traurig aussehenden Europäer. Die haben alle drei Diabetes. Aber die Frage ist, kann man die wirklich mit der gleichen Therapie von der Stange auch erfolgreich behandeln? Und meine Antwort dazu lautet, nein. Jeder dieser Phänotypen, wie wir das nennen, dieses klinischen Erscheinungsbildes, hat, braucht oder sollte eine eigene therapeutische Intervention bekommen. Also, sie haben alle drei Typ-2-Diabetes, aber mit unterschiedlicher Ausprägung. Die Grundstörungen des Diabetes können nämlich ihrerseits auch wieder in unterschiedlichen Ausprägungen existieren. Und das führt dann eben auch zu unterschiedlichen klinischen Erscheinungsbildern, die wir als Phänotypen bezeichnen. Und häufig bestimmt einer von diesen Grundstörungen dann auch eigentlich der Treiber für das Krankheitsbild bei dem Patienten. Und dann entwickeln sich eben ganz unterschiedliche Erscheinungsformen. Und das kann dann aber gemessen werden. Wir haben da ein Biomarker-Konzept für entwickelt, dass wir, also ich setze das erfolgreich seit 2006 ein, also mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Und damit kann man, wie ich zeigen möchte, ganz andere Ergebnisse erreichen. Gehen wir nochmal zurück auf unser Krankheitsbild. Das war ja nochmal die Pathophysiologie, wie ich sie entwickelt habe. Und wenn man dann schaut, was wird denn davon gemessen beim Arzt, dann ist das der Blutzucker, ein Symptom. Dann ist das der Blutdruck, kann ein Symptom sein. Und dann sind es die Fette, auch das kann ein Symptom sein. Und dann vielleicht noch unser Langzeitblutzucker, der HbA1c. Und das Gewicht wird auch noch erfasst, hier jetzt mal charakterisiert durch den Body Mass Index. Und das bedeutet doch am Ende des Tages, dass wir überhaupt nicht wissen, was hier passiert. Und wir haben über die Zeit, seit ungefähr 20 Jahren mache ich diese Forschung, haben wir Biomarker identifiziert, die nicht nur aussagekräftig sind, sondern auch noch labormedizinischen Kriterien entsprechen. Nämlich, dass sie einigermaßen stabil sind, dass man keine Besonderheiten bei der Blutabnahme braucht. Und ich habe die deswegen gewählt, weil man die automatisch auch aus der Blutprobe messen kann, die man ohnehin für den HbA1c abnimmt, nämlich aus EDTA-Vollblut. Und das sind die Parameter intakt pro Insulin. Das ist für mich der Indikator für die Funktion der Bauchspeicheldrüse. Das ist ein Hormon, das heißt Adiponektin. Das ist ein endogener Sensitizer, also ein Stoff, der den Körper empfindlich hält für Insulin. Und der ist in dieser Situation auch prompt zu niedrig, also supprimiert, wie wir das nennen. Und dann gibt es noch einen anderen Parameter für diese Entzündung, von der ich gesprochen habe. Das ist das hochsensitive CRP. Das ist ein Parameter, der in der Kardiologie schon vor Jahrzehnten angekommen ist, den wir ja nur in der Diabetologie noch nicht so richtig verstanden haben, wie wir ihn nutzen müssen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, nur ganz kurz, wie so unsere Grenzwerte sind. Beim intakten Proinsulin haben wir, das hat meine Arbeitsgruppe gemacht, rausgekriegt, dass sobald der Wert über 7-Picomol ist, haben wir ein hohes Risiko. Unter 7-Picomol ist das Risiko niedriger. Und wenn man Diabetes erfolgreich behandelt, dann geht nicht nur der Zucker runter und bleibt stabil unten, sondern das Proinsulin wird dann eben auch abgesenkt. Und beim Adiponektin haben wir die Situation, da ist es genau umgekehrt. Da sollten die Spiegel möglichst hoch sein. Und da haben wir einen Wert von über 8, der einfach sagt, hier ist es völlig egal, ob Mann oder Frau, da ist man in einer Insulinsensitivitätsphase gewissermaßen. Zwischen 6 und 8, weil Männer und Frauen haben unterschiedliche Normwerte. Das ist für einen Mann noch okay, für eine Frau wäre es schon ein bisschen zu wenig. Und unter 6 ist es dann einfach zu niedrig für beide Gruppen, für beide Geschlechter. Also ich spreche jetzt hier vom biologischen Geschlecht. Und da kann man auch sagen, wenn man vernünftig therapiert, dann wird der Zucker besser, der Hb1c wird besser, aber das Adiponektin steigt an. Also zum Beispiel bei Gewichtsabnahme steigt Adiponektin an. Noch bevor wir auf der Waage überhaupt sehen, dass da was gerade passiert. Und last but not least das HSCAP, der Entzündungsmarker, der ist etabliert. Da hat man in einer großen Studie, der Framingham-Studie, im letzten Jahrhundert schon zeigen können, wie toll der in einem Normbereich des CAPs mit dem Herzinfarktrisiko korreliert. Und das muss man dann nur mit einer hochsensitiven Methode messen. Und deswegen heißt es HSCAP. Das ist eigentlich mittlerweile bekannt. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Allerdings, wenn man das richtig behandelt, geht sowohl der Zucker runter und das HSCAP geht auch runter. Und die genaue Festlegung der Art des Phänotypen, die machen wir jetzt anhand dieser Parameter. Wir gucken uns das Gewicht an. Wir schauen uns natürlich den Hb1c an, aber dann eben auch unsere drei anderen Parameter. Und ich will mal hier kurz charakterisieren, die drei Typen, die ich gerade gezeigt habe, das ist also hier ein Insulinresistenz getriebener Phänotyp, der eben auch zu diesem massiven Übergewicht führt. Ich habe mal die Leitindikatoren hier rot gemacht in diesem Bild. Bei ihm ist es das Gewicht, das uns darauf hinweist. Es ist auch die Adiponektin-Suppression, die gewaltig ist. Der Zucker wird angestiegen sein. Die Inflammation muss gar nicht mehr so aktiv da sein, weil die entsteht ja dadurch, dass neues Fettgewebe überhaupt gebildet wird. Der hat schon so viel. Und dann haben wir eben auch das intakte Proinsulin, das angestiegen ist. Das ist praktisch so der Insulinresistenz getriebene Phänotyp. Das sind jetzt hier die Extrembeispiele. Dann haben wir unseren Japaner. Der Japaner hat einen Beta-Zell-Dysfunktions getriebenen Phänotypen. Das heißt, bei dem ist der Zucker ganz schnell ganz oben. Und auch das intakte Proinsulin ist ganz schnell ganz oben. Und deswegen hat er gar nicht die Zeit überhaupt, Diabetes, also Körpergewicht aufzubauen und Fett aufzubauen, weil er eigentlich schon als Diabetiker erkannt wird, bevor das überhaupt passiert. Ja, so ein ganz anderes Erscheinungsbild, weil eben jetzt hier diese Beta-Zell-Fehlfunktion im Vordergrund steht. Und dann haben wir eben noch, und das ist ein ganz interessanter Fall, unseren Europäer, der eben eine starke Erhöhung des HSTAPs hat, im Hochrisikobereich ist, der auch an Gewicht zunimmt, der auch schon eine Beta-Zell-Funktionsstörung haben kann, eine qualitative, bei dem aber, und das ist jetzt das Kritische, weil Proinsulin den Blutzucker ja senken kann, kann es eben passieren, dass bei dem der Blutzucker noch normal ist. Also es gibt den Fall, gerade bei diesem CSI-getriebenen Phänotypen, dass der Patient viele Jahre nicht als Diabetiker erkannt wird, der kriegt Atheosklerose, der kriegt Infarkte, der kriegt Stents, der kriegt Hochdruck, der hat eine Fettstoffwechselstörung und keiner versteht, dass da ein Diabetes dahinter steckt, weil dummerweise in dieser Diabetes-Diagnostik der Zucker das entscheidende Kriterium ist und der geht bei dem nicht hoch, weil er noch genug Beta-Zell-Restkapazität hat, obwohl die schon in die falsche Richtung gegangen ist bis dahin. So dass man sagen kann, hier haben wir einen Phänotypen, den ich für den kritischsten halte, weil der halt auch am schlechtesten erkannt wird. Aber allein schon ein leicht erhöhter Proinsulinwert wäre ein Beleg dafür, dass dieser Diabetes vorliegt. Also und wenn man sich jetzt mal diese Phänotypen anschaut, dann erkennt man, dass es eben Extremwerte sind, die eben charakterisiert sind durch so ein Biomarker-Profil und der Patient liegt dann irgendwo da drin. Ich habe mal, wenn ich darf, wenn wir die Zeit noch haben, zwei Fallbeispiele mitgebracht, die ich gerne zeigen möchte, wie wir uns der Sache nähern. Also wir haben diese, nein, vielleicht vorab, wie machen wir die Therapie überhaupt? Ja, dann. Das ist nochmal unser Bild und ich habe jetzt hier den erhöhten Blutzucker auch mal als gegeben mit reingenommen. Wenn wir feststellen, es ist ein Beta-Zell-funktionsgetriebener Diabetes, dann bin ich sehr schnell dabei, dem Patienten auch Insulin zu geben, weil das ist das effizienteste Therapeutikum, A, um den Blutzucker zu senken und B, um seine Beta-Zellen zu schonen. Wenn der Patient eine Insulinresistenz mit aufzeigt, dann ist Bewegung natürlich Sport, erhöht die Insulinsensitivität, aber eben auch eine entsprechende Medikation mit Glitazonen wäre hier anzuerwägen. Wenn der Patient eben vor allem auch Gewichtsprobleme hat, wenn die chronisch-systemische Inflammation ihn treibt, dann haben wir schon eine ganze Batterie von Maßnahmen, nämlich natürlich Gewichtsabnahme, die Ernährung anzupassen. Es gibt diese GLP-1-Analoga, das sind diese berühmten Abnehmenspritzen, gehören da auch dazu, die auch für den Diabetes zugelassen sind. Es gibt Medikamente, mit denen man den Zucker auspinkeln kann, die heißen SGLT2-Inhibitoren, die mittlerweile auch sehr beliebt geworden sind, die auch sehr gut sind, auch pathophysiologisch eingreifen. Und bei der Inflammation haben wir auch hier wieder eines der Glitazone, das Pioglitazone, wo wir gesehen haben, dass das ganz massiv da eingreifen kann. Naja, und um den Blutzucker zu senken, haben wir eben auch am effizientesten Insulinernährung unsere diversen Inhibitoren. Und dann eben auch, da wäre dann mal auch ein Platz für das Metformin, wenn es wirklich darum geht, den Blutzucker zu senken. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann kann es nämlich sein, wenn man das richtig macht, dann verschwinden einfach gerade diese ganzen Begleiteffekte. Und damit wird dann die Krankheit eben nicht mehr chronisch progredient. Das will ich gerade mal zeigen gerne. Jetzt machen wir die Phänotypisierung, wie wir das nennen, auf der Basis von diesen fünf Kriterien. Das Gewicht, die Blutzuckereinstellung tatsächlich, der HW1C, der Langzeitblutzucker und unsere drei Biomarker für die Grundstörungen. Und wenn man sich zum Beispiel mal diesen leicht übergewichtigen Menschen von der arabischen Halbinsel anschaut, dann hat der den sogenannten Insulinresistenz getriebenen Phänotypen, der im Extremfall eben vor allem durch eine massive Gewichtszunahme auffällt, durch eine massive Adiponektinsuppression, bei dem auch die anderen Parameter schon pathologisch sind, bei dem aber vielleicht dadurch, dass er schon so dick ist und gar nicht mehr so viel neues Fettgewebe gebildet wird, eben die Inflammation gar nicht mehr so im Vordergrund unbedingt stehen muss. Das wäre der Insulinresistenz-Phänotyp. Dann als genaue Gegenteil davon, das ist das Beispiel mit dem japanischen Fischer. Das ist ein Diabetes, der wird durch die Fehlfunktion der Beta-Zelle getrieben. Das heißt, da geht sehr schnell der Blutzucker hoch, der HW1C geht sehr schnell hoch, da geht auch sehr schnell das Proinsulin hoch, als Hinweis auf die Störung. Und bevor der überhaupt anfangen kann, Gewicht aufzubauen, wird sein Diabetes schon erkannt und behandelt. Das geht dann in Richtung auch eher einer Insulintherapie zum Beispiel. Das wäre der Beta-Zell-Dysfunktions-Phänotyp. Und dann gibt es eben noch den eigentlich, wie ich finde, kritischsten Phänotypen. Der ist auch gerade bei uns in Europa sehr verbreitet, nämlich der, der durch diese chronische Entzündung getrieben wird, weil wir da die besondere Situation haben, dass dann zwar das Gewicht leicht ansteigt, das ist so der klassische Mitteleuropäer, dass auch die chronisch-systemische Inflammation wirklich stark messbar wird. Auch durchaus schon die Beta-Zell-Fehlfunktion in Form von einem Proinsulin-Anstieg. Aber weil Proinsulin eben den Blutzucker senken kann, kann dieser Patient eventuell normale Blutzuckerwerte haben. Also es gibt dieses Kuriosum oder diesen Widerspruch in sich, den nochmoglykämischen Diabetes, den gibt es. Und der kann Herzinfarkt haben, Arteriosklerose und Sehstörungen. Ganz genau. Und wird nicht behandelt. Und ja, keiner erkennt, dass ein Diabetes dahinter steht. Also wenn man so in der Familienhistorie den Klassiker hat, Infarkte, Stents, andere Gefäßinterventionen, die notwendig wären und ja, keiner erkennt oder ja, nein, Diabetes haben wir nicht. Doch, das kann ein Diabetes sein, der nur einfach aufgrund der Tatsache, dass eben der Blutzucker noch nicht angestiegen ist, weil es ja auch nur ein Symptom ist, eben gar nicht erkannt wird, nicht behandelt wird. Und dann haben wir eben auch das Problem, dass die Patienten halt frühzeitig versterben. Und wenn man sich diese Situation noch mal vor Augen führt, dann weiß man, dass man hier viel mehr erreichen kann, wenn man diesen Phänotypen auch rechtzeitig erkennt. Und ich sage allen meinen Patienten, wenn ihr diese unerklärlichen Hochdruck habt, diese unerklärliche Fettstoffstechselstörung oder auch die Verkalkung, dann lasst euch doch mal Proinsulin messen. Wenn das erhöht ist, wäre das nämlich der Beleg dafür, dass hier ein Diabetes dahintersteht und zwar unabhängig vom Blutzucker. Da muss ich mir aber auch noch den richtigen Arzt finden und suchen. Naja, ich sage mal so, dass ich das mit dem Prohormon überhaupt einschätzen kann, was das bedeutet. Na, ich sage mal so, da habe meine 20 Jahre Arbeit in Deutschland schon eines erreichen können. Eigentlich kann man in ganz Deutschland Proinsulin, Intakt Proinsulin anfordern vom Labor. Es muss halt nur gemacht werden. Wir haben eine flächendeckende Messbereitschaft der Labore, was Intakt Proinsulin angeht. Zumindest die großen Laborverbunde haben mindestens ein Labor, das das für alle anderen dann übernimmt. Gut, dann dauert es halt ein paar Tage, bis man es hat. Aber ich möchte es noch einmal sagen, ein erhöhtes Proinsulin kann eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder man hat einen super seltenen Tumor, das Proinsulinom. Das ist ein gutartiger Tumor der Bauchspeicheldrüse. Gibt es ungefähr drei bis vier Fälle pro Jahr in Europa. Kann man also, glaube ich, vernachlässigen. Außerdem würden die ständig Unterzuckerung haben, weil das ja den Blutzucker senkt. Also das kann man vernachlässigen. Oder aber die entwickeln einen Diabetes. Weil beim Typ 2 Diabetes habe ich es erklärt. Und es gibt beim Typ 1 Diabetes eine Phase, da haut die Beta-Zelle alles raus, was sie noch hat, um den Zucker zu senken, kurz vor der Manifestation. Und da sieht man auch mal einen erhöhten Proinsulinwert. Also auf jeden Fall heißt Proinsulinerhöhung Diabetes. Und das ist das, was halt leider im Moment noch nicht gemacht wird. Vielleicht trägt er die Sendung dazu bei, dass man selber auch mit dran denkt. Auf jeden Fall, wenn wir unsere Extremphänotypen uns anschauen, irgendwo da liegt der Patient. Irgendwo in diesem Bereich, der hat da seine ganz eigene Position, die man eben aufgrund der Biomarker definieren kann. Und dann kann man auch sich bemühen, zielgerichtet für diesen Patienten eine eigene Therapie zu machen. Weil wir haben natürlich unterschiedliche Interventionen, die wir machen können, um jetzt die einzelnen Grundstörungen zu behandeln. Ich will die mal hier nur aufzeigen. Wir machen noch mal ein weiteres Interview, wie wir denn überhaupt hier diese Behandlung dann initiieren. Aber natürlich haben wir zahlreiche Maßnahmen. Und es gibt eben Interventionen, die wirklich gezielt in die Pathophysiologie eingreifen. Und das erzähle ich dann in einer nächsten Sendung. Insgesamt möchte ich gerne zusammenfassen. Das Ganze, weil dann verschwinden nämlich auch unsere Probleme. Typ-2-Diabetes ist ein hochkomplexes Krankheitsbild. Das besteht eben aus unterschiedlichen Grundstörungen. Und der Zucker, der Hochdruck, die Fettstoffwechselstörungen mit Hyperglyceridemie sind eigentlich nur Symptome der Krankheit. Und das kann natürlich zu ganz individuellen klinischen Erscheinungsbildern führen. Also diesen sogenannten Phänotypen, die wir dann entsprechend zielgerichtet behandeln können, wenn wir sie erkannt haben. Und wir haben deswegen dieses Konzept entwickelt. Und bei uns wird jeder Patient phänotypisiert, bevor wir überhaupt mit ihm über Therapien sprechen. Und wir haben eigentlich damit eine gute Grundlage, um in unserer Therapie dauerhaft Erfolge zu verzeichnen. Saubere Diagnostik ist alles. Saubere Diagnostik ist zumindest mal hilfreich. Aber letztendlich ist es schon sehr revolutionär, einfach zu verstehen, dass wir Europäer sehr oft einfach nur an den Symptomen, an den Wirkungen letztendlich leiden, in eine Krankheit reinrutschen, in eine Böse bis in den Tod, aber eigentlich nie behandelt werden, weil wir Diabetes hätten völlig unnötigerweise. Ja, das Problem ist halt, oder ein Problem ist halt, die Grundstörungen des Diabetes tun nicht weh. Ja. Wenn die wehtun würden, dann hätte man als Patient allein schon eine viel stärkere Antriebskraft, um hier auch selber was dagegen zu tun. Und natürlich ist man letztendlich, wenn man zum Hausarzt geht, man vertraut dem ja auch und man ist da schon ein bisschen drauf angewiesen, dass die das dann auch eventuell erkennen. Und da muss man fairerweise sagen, so ein Hausarzt, der muss ungefähr 50, 60 häufige Krankheitsbilder überblicken. Und natürlich wäre es hilfreich, wenn das, was wir hier gefunden haben, zum Beispiel Eingang finden würde in die Leitlinien, in unsere therapeutischen Leitlinien, weil dann werden die Ärzte automatisch darauf hingewiesen, dass man das messen sollte. Ich habe das schon ein oder zwei Mal probiert, aber meine Kollegen haben dann eine gewisse Resistenz gegen Entdeckungen, die sie nicht selber gemacht haben. Und dadurch wird es halt ein bisschen schwierig. Aber ich sage mal so, ich denke, dass die therapeutischen Erfolge, die wir haben, sich irgendwann auch mal rumsprechen werden und dass dann eben auch mehr und mehr Ärzte bereit sein werden, so ein Konzept auch selber mit anzuwenden. Und ja, ich meine, deswegen bin ich hier auch, um es einfach mal bekannt zu machen. Was ich als großes Problem sehe, jetzt auch mit dieser Sendung, ich glaube, viele Diabetes-Patienten haben sehr vieles verstanden, was du sagst, weil sie sich ja schon mit der Materie auseinandergesetzt haben. Aber die Zuschauer, die eigentlich die Symptome haben als Nebenwirkung, wie Augenprobleme oder Herzprobleme oder Nierenprobleme, die werden eigentlich sehr selten überhaupt auf diese Sendung jetzt aufmerksam oder auf das Thema? Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Ja, auf der anderen Seite, vielleicht kann man ja, man hat ja eine Familie und vielleicht sieht ja ein Familienmitglied die Sendung, sagt, Mensch, Moment, das ist ja bei meiner Tante tatsächlich auch so der Fall. Und meine Hoffnung ist halt, dass sich das Ganze umspricht. Ja, und das einfach auch durch eine gewisse Penetranz in der Außendarstellung, ich habe zum Beispiel auch das, was ich zur Phänotypisierung hier mache, ich habe das jetzt gerade im letzten Monat auch in einer deutschen Fachzeitschrift publiziert, sodass auch mehr Ärzte einfach Zugriff darauf bekommen. Ja, wir haben ja eine solche Reizüberflutung mit Informationen, dass wir nur sehr punktuell überhaupt uns informieren können heutzutage noch. Ich glaube aber, dass in der Qualität der Berichterstattung eines Senders, wie zum Beispiel eures Fernsehsenders, sicherlich auch vor allem Patienten angesprochen werden, die eine gewisse Sensitivität haben, hinsichtlich eines mehr ganzheitlichen medizinischen Grundsatzanspruchs. Und das ist dann halt die erste Patientengruppe, die wir erreichen. Ich meine, ich merke das schon, dass wir großes Interesse haben jetzt aus der Bevölkerung, nachdem ich ja eben schon mal eine Serie von Interviews mit dir gemacht habe, dass wir hier schon einen Nerv getroffen haben. Weil viele Patienten sehr unzufrieden sind mit ihrer Situation. Ich habe ganz oft die Anfrage, ja, ich habe ein Prädiabetes, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann sage ich einfach, Blutprobe her, wir gucken nach, wir machen eine Phänotypisierung und dann kann ich Ihnen genau sagen, ob das jetzt ein Problem ist oder ob das kein Problem ist. Großartig, das höre ich super gerne. Es ist mir gerade noch ins Sinn gekommen, diese Datenbank, die wir aufgebaut haben auf Wikisana, wenn dann natürlich jemand eingibt, ich habe Herzprobleme oder ich habe Arteriosklerose und, und, und auf dieser KI, die wir integriert haben, dann kommt natürlich dort aus den Sendeinhalten heraus, haben sie schon geprüft, ob sie Diabetes haben. Das ist natürlich dann schon absolut cool und so können wir die Querverbindungen auch aufbauen. Ich denke auch, dass durch den Einsatz der KI auch auf eurer Plattform, dass wir da natürlich noch eine viel größere Treffsicherheit haben werden, was die Diagnostik angeht. Zumindest können wir anregen zum Denken, oder? Speziell auch für den Arzt, kann er natürlich auch schauen, habe ich irgendwas vergessen oder könnte ich noch was integrieren in meine Sichtweise, in die Behandlung? Wobei das ja eigentlich sehr einfach ist. Wir reden hier von einer Labormessung. Ja, ja, einfach Pro-Hormon und andere Werte. Genau, die uns einfach zeigt, wo stehe ich denn als Patient beziehungsweise wo steht mein Patient und macht es vielleicht Sinn, dass wir hier intervenieren. Und das führt auch tatsächlich dazu, wir haben natürlich noch ein anderes Problem, wir haben ein strukturelles Problem. Das strukturelle Problem, was wir haben, ist ja die Erstattungsfreudigkeit unserer Krankenkassen. Und während zum Beispiel die Pro-Insulin-Bestimmung vom Kassenärztlichen, von der Kassenärztlichen Seite her einfach als Vergleichsziffer Insulin auch von den Laboren abgerechnet wird, das heißt, das funktioniert noch einigermaßen, ist aber dann natürlich die Situation, ich bin ja privatärztlich tätig, das heißt, in dem Moment, wo ich sage, hier, der Patient hat eine Pro-Insulin-Erhöhung, das heißt, der hat Typ-2-Diabetes, dann behandle ich den. Da warte ich nicht, bis auch irgendwann noch der Zucker hochgeht, weil vielleicht erlebt der Patient das ja gar nicht mehr, weil er vorher schon am Herzinfarkt stirbt. Also insofern beginne ich dann auch sofort mit der Behandlung und ich muss dann immer auch bei meinen Rezepten schon draufschreiben, Beta-Zell-Fehlfunktion im Sinne eines Diabetes mellitus, damit die Kasse, auch die Privatkasse, die Kosten einer solchen Therapie auch übernimmt. Weil wenn die Diagnose, ohne Diagnose, keine Therapieerstattung, das ist leider so ein Grundproblem unseres deutschen Gesundheitssystems, weil dadurch wird praktisch keinerlei Prävention überhaupt erstattungsfähig. Also man muss die Diagnose haben, damit man die Therapie bekommt und da muss man als Arzt eben auch dran denken, wenn ich einen CSI-getriebenen Diabetes behandeln möchte, muss ich irgendwo dokumentieren, dass der Patient auch wirklich den Diabetes hat und ich habe sehr gute Erfahrungen eben mit diesem Terminus gemacht, Beta-Zell-Dysfunktion im Sinne eines Diabetes mellitus. Weil dann ist klar, der Patient wird entweder irgendwann die Blutzuckererhöhung noch kriegen oder aber eben, wenn er Pech hat, nicht mehr, weil im Moment findet gerade so ein Wettlauf in seinem Körper statt, zwischen Herztod und Diabetesentwicklung und ich bin da nicht bereit, das abzuwarten. Nur weil bestimmte Krankenkassen irgendwas machen. Also bei mir selber habe ich auch nicht gewartet. Ich habe nicht gewartet, ich habe ja auch Typ 2, das habe ich ja schon erwähnt und ich habe nicht gewartet, bis der Zucker hochging. Ich habe gesehen, mein Bronzulin ist hoch, ich habe die Familienanamnese, ich hatte auch ein bisschen zu viel, ich war ein bisschen zu kurz für mein Körpergewicht, sagen wir mal, und ich habe das auch sofort gemacht. Und das hat mir auch gut getan. Im Moment habe ich durch meine Deeskalationstherapie habe ich keinen Diabetes und Makubilang es anhält. Danke, ganz herzlich für diese Erläuterung. Professor Dr. Dr. Andreas Pützner war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich liebe solche Vorlesungen natürlich sehr, weil ich immer vieles lernen kann aus solchen Mitgliedern, aus dem Wissenschaftsgremium. Weil da geht es wirklich in die Wissenschaft rein, es geht in die Fakten rein und es geht in die Ursache. Was können wir tun bei Ansichten im Bereich Diabetes oder eben, man hat irgendwelche Symptome, wo man Diabetes gar nicht überhaupt auf dem Schirm hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Diagnostik und achten Sie auf diese Laborwerte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.